Ich bin 44 Jahre alt und bin seit knapp 27, 28 Jahren im Bereich Outdoor Survival unterwegs tätig. Ich führe die WISE, die Wilderness Experience International Survival School. Seit dem Tod von Fred Mortensen, der die 1960er-Jahre gegründet hat, bin ich jetzt der Nachfolger dieser Schule und biete Basisaufbau und Spezialkurse im Bereich Survival. An drei Standorten, ein Standort in Deutschland, dem NRW, zwischen Bielefeld und Hannover, sowie an zwei Standorten in Schweden, in der Kommune Wärmland, Abiga. Ich möchte euch bei diesem Vortrag etwas Grundwissen, Survival-Wissen nahe bringen, euch auch so ein paar kleine Skills beibringen und selber natürlich erfahren, was ihr so könnt, wo eure Stärken sind. Und dann wäre meine erste Frage, ob ihr schon mal eine, oder was ist für euch Survival? Bitte schön. Solange wie möglich am Rüber, ja, okay. Was ist Survival? Ja, also kein Zusammensitzen, nett am Lagerfeuer, da sind wir uns einig. Es gibt die Bushcrafter, es gibt die Survival, es gibt die Tracker, es gibt die Prepper. Das sind wir nicht. Survival, Überleben in Not- und Gefahrensituationen. Und nur mit dem, was man am Körper hat, mit sich führt, oder was man ohne Probleme sich organisieren kann. Das ist der Natur. Aber Thema Survival ist nicht nur in der Natur. Survival kann auch Flughafen Berlin sein. Das heißt einfach, überleben und das Beste aus dieser Situation zu machen, die Situation zu meistern, dabei zu überleben, dass es einem gut geht, dass man auf Hilfe warten kann oder dass man eben halt neue Hürden, neue Anläufe hat, um diese Situation zu meistern. Ist irgendjemand von euch schon mal in irgendeiner Situation gewesen? In einer Survival-Situation, in einer Not-Situation? Bitte. Bitte? Winter stecken geblieben, ja. Wie kalt? Ein lauer, lauer, okay. Aber ist ungemütlich, ne? Wie lange hast du gewartet? Wie lange hat es gedauert? Was ist passiert? Über Nacht. Und eine Nacht alleine bei klirrender Kälte zu überleben. Minus drei, okay. Wenn da noch eine Null hinter wäre, dann wäre es schon doof. Ja. Ist mir auch passiert. Ich habe eine ziemlich tolle Autopanne gehabt, in Skandinavien, Freitagabend. Konnte nicht mehr weiterfahren, rechten Vorderreifen, komplett zerschossen, ging gar nichts mehr. Versicherung angerufen, Polizei angerufen. Ja, okay. Dürfen wir Sie ordnen? Ja, bitte. Dass ihr mich findet. Dass ihr mir schnell Hilfe schickt. Herr Heide, wissen Sie, wo Sie sind? Nö. Das ist ganz schön weit ab. Ja, der sagt, rufe ich auch an. Will ich eure Hilfe brauchen? Das tut uns leid. Wir können Ihnen nicht sofort helfen. Jetzt ratet mal, wann ich Hilfe bekomme. Warum zwei Tage? Am Montag um elf. Okay, voll. Freitagabend, Samstag, Sonntag. Halben Montag, rechne ich mal. Ich bin sehr, sehr früh aufgestanden. Hätte ich da keine Klamotten dabei gehabt, nicht so ein bisschen Equipment, nicht genug Wasser, nicht genug Nahrung, nicht ein Messer, nicht irgendwie zusätzlichen Schlafsack. Ich hätte echt alt ausgesehen. Komplett im Outback, irgendwo Skandinavien, weit ab von der Zivilisation. Dumm gelaufen. Hier in Deutschland haben wir eigentlich nicht so das große Problem. In Deutschland sagt man ungefähr im Schnitt, circa acht Kilometer im Umkreis findet man Hilfe, Zivilisation, wo man sich aufgehoben fühlt. In anderen Ländern, in Nordrhein-Westfalen, da gehst du auch mal sportliche drei Tage und hast immer noch keinen Menschen gesehen. Ich will nicht hoffen, dass ihr in diese Situation kommt oder Erfahrungen damit kommt. Aber ich möchte euch einfach nur vorbereiten. Ich möchte euch etwas Wissen vermitteln, um diese Situation so angenehm wie möglich zu überleben. Um dieses zu überleben, müssen wir auch in diesen anderen Bereich etwas gucken, in die Trekkingleute, in die Buschkraftleute, so wie sie hier vertreten sind, Buschkrafter sind die, packen das Auto voll, fahren irgendwo hin, laden ein Auto aus, möglichst am besten nur fünf Meter, bauen was schickes aus, schnitzen ein bisschen, haben Spaß am Feuer, trinken ein Bier, alles gut. Dutchofen dabei, ein richtig schön schwer, 100 Kilo Equipment, alles ist super. Denen geht es gut, die machen das aus Spaß. Von den Trekkern, vom Gewicht, brauchen wir bei denen sehr, sehr viel ab, weil jedes Gramm, was ich spare, was ich nicht mitschleppen muss, brauche ich nicht an der Energie aufwenden, um dieses zu transportieren. Und von den Preppern, was sind Prepper? Was heißt Prepper? Vorbereitet sein. To be prepared. Oma und Opa waren das. Die wussten, denen das geht. Und das sehr gut. Beispiel? Kartoffeln. Einmachen. Die wussten das wirklich. Also Vorbereitung treffen. Wenn ich eine Tour mache, muss ich mich vorbereiten. Wenn ich eine Situation, wenn ich irgendwelche Situationen habe, möchte ich da möglichst darauf vorbereitet sein, um die natürlich so angenehm wie möglich zu beteiligen. Und dazu gehört es, gewisse Zustände zu ermöglichen oder zu schaffen, die uns dazu führen, diese Situation zu meistern. Bei diesem Vortrag, den ich hier halte, gebe ich euch einfach mal drei Buchstaben, die sehr, sehr wichtig sind, solch eine Situation zu meistern. Ziemlich leicht zu merken. Merkt euch bitte einfach nur die Buchstaben T, W, S. Immer merkt. Bei diesen werden für euch ganz, ganz wichtig sein. Nicht nur für euch, sondern für alle. Und bitte daran denken, was ihr eben gerade gehört habt, von ihm, von mir. Denkt ihr, dass Survival nur im Wald beginnt? Dass es immer was mit Bäumen zu tun hat? Nein. Kommt von diesem Thema runter. Wir reden nicht über irgendwelche hochbemesserten Leute, die in irgendwelchen Tarnfleckklamotten im Wald rumkriechen oder rumrobben. Nein. Survival überleben. T, W, S. Das T. Für was könnte denn das T stehen? Für einen Zustand. Bitte? Auch an. Trocken. Sehr gut. Das habe ich auch so verstanden. Trocken. T wie trocken. Wenn etwas nicht trocken ist, wenn unsere Kleidung nass ist, verbrauchen wir doch viel zu viel Energie, um diese mit aufzuheizen. Also, seht zu, das Erste, was erfüllt sein soll, bleibt trocken. Schützt euch. Regenkleidung. Schelter. Überdachung. ETC. 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 Seht zu, dass ihr trocken bleibt. Das W. Nein? Falsch. Das W steht für? Komm mal da hinten. Für? Für was könnte das W stehen? Jack and Jones. Für was steht das W? Sehr gut. Warst du schon mal dabei? Sehr gut. Wer zuhört, der lernt sehr, sehr viel. Das steht für Werbe. Halt mir fest. Trocken. Warm. Für was ist denn das S? Michael? Nein? Nein? Da komme ich mit Mama. Das ist so weiter, das die Leidung. Was? Satt. Das S steht für satt. Satt ist inklusive nicht durstig sein. Ja? Also das beinhaltet quasi Nahrung und Flüssigkeit. T, W, S. Denkt immer darüber nach, sind diese drei Punkte erfüllt. Habt ihr immer die Möglichkeit, weiterzumachen, zu überleben, die Situation zu meistern. Wenn eins davon nicht gegeben sein sollte, das zermürbt, das macht euch fertig, ihr habt keinen Bock mehr, ihr lasst alles fallen, ihr seid durchnässt, euch ist kalt. Hättest du denn Bock noch irgendwie die nächsten zehn Kilometer weiterzugehen und irgendwie aufhilfen? Oder hättest du überhaupt noch Bock dazu, eine Nacht so weiter dazu? Muss man einfach. Aber so klappt das besser. So hast du dabei noch einen Grenzen im Gesicht. Ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, ich bin 360 Kilometer hier rumgewandert. Ach, 360 Kilometer gewandert. Ja, absolut, genau. Jetzt aktuell. Ja, die ersten fünf Tage, die wir im Wieser unterwegs gewesen sind, nur Schnee, Eis, Minus-Temperaturen. 360 Kilometer gewandert. Hut ab. Und da im Württemberg war ein Gangflieh. Das ist doch ein 100 Stück. Nein, da hat es fast kein Wasser mehr gefunden. Manchmal bin ich seit sieben Stunden gegangen und habe kaum einen Hof gesehen, weil es sind in den großen Ortschaften so immer ausgewickelt. Und ja, Wasser hatte vier Liter dabei. Nahrung hat jetzt für die fünf Tage dabei. Das ist jetzt noch ein Tag in der Erde, 30 Tage. Jetzt halten wir mal gerade fest, vier Liter Wasser. Wer hat 360 Kilometer, ist er gewandert. Er hatte vier Liter Wasser dabei. Wie lange reichen denn diese vier Liter Wasser? Wie lange reichen die vier Liter Wasser? Trinke bitte ein bisschen mehr. Ja, also ich sage mal, einen guten Tag, anderthalb Tage, vier Liter Wasser, vorbei. Wir brauchen, der menschliche Körper braucht ungefähr circa zweieinhalb bis drei Liter Wasser am Tag. Das brauchen wir, bei der Körper, Normalzustand, ohne großartige Anstrengung. Er ist gewandert, 360 Kilometer, er braucht ein bisschen mehr. Er braucht denn wirklich seine dreieinhalb, vier Liter, aber unter normalen Bedingungen zweieinhalb bis drei Liter. All diese Angaben, die ich mache, die Zahlen, die Mengen, die betreffen immer den Durchschnitt. Und der eine mehr, der andere weniger. Aber gerade im Durchschnitt. Und der andere vergisst es einfach. Ja, diese Leute gibt es auch. Und dann gibt es so Leute wie mich, die vielleicht einen Liter mehr mitnehmen, aber den da einen bei haben, einen Kollegen, der nichts dabei hat, also gibt mal was ab, so seinen ganzen Schnitt wieder versaut und die ganze Planung passt wieder nicht. Wo wir wieder beim Thema Vorbereitung sitzen. Also Wassermenge, als es kalt war, hat anderthalb Tage gereicht. Also ich habe auch meine Teichsumennahrung, wo ich es vorbereitet habe, gemacht mit dem Wasser. Genau. Und als es dann so 15 Grad aufwertig ging, wurde es so knapp für eine Landung. Ja, weil er muss Nahrung, er hat ja auch seine Trekking-Nahrung dabei gehabt, wo er zwischen 300 und 500 Milliliter alleine zum Zubereiten der Nahrung braucht. Hölfstück, äh, 200. Ja, mal frei, dann bist du auch wieder zwischen. Also nur um die Nahrung zu bereiten, wenn du jetzt Trekking-Nahrung hast, reden wir ganz, ganz schnell auch von, ich sage mal so 800 bis, ja, so 700 bis 900 Milliliter Wasser, nur um Nahrung zuzubereiten. Plus das, was wir trinken müssen. Einen Tag, maximal anderthalb Tage. Dann kommt das Wasser dazu. Hast du dich gewaschen? Am 3. und 4. Tag, da ist jetzt die Baumwolltür gleich. Okay. Da bin ich dann erschrocken, also bei Reisen wird es ein paar wenige Minimiter und das ganze Tuch ist nass. Man kann das mal nach drei, vier Tagen mal waschen, weil es dreht ja alles, wenn man nicht mehr wohnen. Das ist glücklich. Ja, klar, sicher. Obwohl ich eben halt immer sage, so, wenn man in der Natur unterwegs ist, wird man denn wirklich großartig dreckig. Ich weiß nicht, wenn ich bei mir die Einkaufsstraße in der nächstgröße in den Stadtland gehe, dann fühle ich mich danach irgendwie schäbiger, als wenn ich irgendwie ein Wochenende mich hier mal nicht geduscht habe. Ich habe mich aber heute Morgen geduscht, pernabend. Ja, wenn man bliebt, so, das weiß. Ja, natürlich, ganz klar. Aber beim Wandern solltest du natürlich auch zusehen, dass du möglichst nicht schwitzt. Und das beinhaltet natürlich auch darauf achten, dass man nicht zu warm gekleidet ist. Zum Beispiel, dass man jetzt nicht unbedingt die Jacke anzieht, sondern dass man die auch wirklich in den Rucksack reinpackt, irgendwo draußen lagert. Nur wenn man Pause macht, wenn man sich hinsetzt, dann sollte man die Jacke überziehen. Aber möglichst bitte nicht schwitzen, weil Energie verbraucht, die Klamotten sind wieder nass. Wenn ihr euch hinsetzt, fangt ihr an zu frieren. Kein schönes Gefühl. Ja, aber das war jetzt irgendwie unmöglich. Nicht zu fliegen. Weil wir, für fünf Tage, fahren die Wiese dazu. Wir mussten die Wiese hier zu haben. Ja, ja, klar. Wir mussten dann zwar Reiseflussformen offen gehabt, aber ohne Fliegen zu gehen. Nein, nein. Desto mehr man sich natürlich vor Regen schützt, auch wenn es dann natürlich wärmer ist, aber desto mehr schwitzt man, weil die sind natürlich nicht so atmungsaktiv. Das war so ein bisschen Zwiespalt. Ja, ich habe erst den Ponsor rausgenommen, in der Reisefluss. Das war ja nächstes Jahr, dann wird es auch wieder nass. Trocken. W für? S für? Okay. Satt. T, W, S. Trocken, warm, satt. Die drei Gegebenheiten, wo ihr darauf achten solltet, um eine Survival-Situation zu überleben. So, dass ihr noch ein leichtes Lächeln dabei im Gesicht habt, dass ihr es überlebt. Hat jemand von euch schon mal von dieser Dreier... Wolltest du was sagen? Hat jemand schon mal von euch was von dieser Dreier-Regel gehört im Survival-Bereich? Ja? Denn seht ihr das? Von dort könnt ihr das alle sehen auf dem Tisch. Da ist drauf aufgeschrieben. Drei Sekunden, drei Minuten, drei Stunden, drei Tage, drei Wochen, drei Monate. Da finden wir jetzt raus, was das alles bedeutet. Das sind alles Sachen, dass ihr es euch besser merken könnt, dass ihr ein bisschen besser mit diesen Informationen, dass ihr euch die besser einprägen wollt. Das ist auch Dreier-Regel. Drei Sekunden, was könnt ihr dahinter stecken? Bitte? Situation checken? Nee. Drei Sekunden. Warte, lass mich probieren. Nein. Also ich kann länger. Eure? Aha. 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 Eine rationelle Entscheidung treffen. Braucht der Mensch im Durchschnitt drei Sekunden abzuwägen. Ist das gut? Ist das schlecht? Was mache ich jetzt? Drei Sekunden. Rationelle Entscheidung. Reaktion? Drei Sekunden. Dann hast du echt ganz, ganz oft ein Problem, wenn das so lange dauern würde. Drei Sekunden braucht man, um abzulegen. Gut, schlecht, ja, nein. Weiß ich nicht. Drei Minuten. Was könnte das denn sein? Drei Minuten. Ohne Luftatmung. Der Mensch, drei Minuten ohne Luft, geht maximal danach, wird es ganz, ganz kritisch. Wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Sporttauchern, von irgendwelchen Abnulltauchern. Die können das wesentlich länger. Ja, wie gesagt, Durchschnittsmensch. Der eine kann zweieinhalb Minuten, der andere kann dreieinhalb Minuten. Drei Stunden. Du gerade mit dem Handy. Drei Stunden. Was passiert drei Stunden? Drei Stunden ohne Handy. Das könnte aber eben schwierig werden. Nein. Da habe ich kein Problem. Okay. Was meinst du? Drei Stunden. Was passiert drei Stunden? Was ist da, was muss man achten, was könnte es sein? Auskühlen. Drei Stunden. Vater Brocken. Sonne. Drei Stunden. Bitte? Befunden? Erkunden. Ach, erkunden, nein. Drei Stunden. Bitte? Nein. In der Sonne? Nein. Drei Stunden, bis ich keinen Bock mehr habe. Das passiert bei vielen ganz, ganz schön viel Früher. Drei Stunden. Wenn ihr jetzt hier in euren Zelten euch aufhaltet, schlaft ihr da oder ist das mehr so ein wiederwach werden? Ruhe. Wir nennen es Ruhen. Beim Schlafen hat das hier draußen nichts zu tun. Die äußeren Einflüsse, die Geräusche, die Gerüche. Hier vom Outdoor-Batscher, der mit seinen leckeren Pulled Pork Brötchen uns versorgt. Irgendwelche Ereignisse. Wir nennen es nur Ruhen. Schlafen brauchen wir hier, glaube ich, nicht drüber reden. Man wird zwischendurch wach. Ihr müsst zusehen, dass ihr täglich mindestens drei Stunden ruht, um wieder Kraft für Neues zu haben und weiterzuwachen. Mindestens drei Stunden. Natürlich. Auch da wieder. Wenn du dich vorher doll angeschwellt hast, gönn dir auch vier. Mindestens drei Stunden braucht der menschliche Körper, um wieder sich zu regenerieren, um wieder Kraft zu tappen. Wenn du zu lange Pause machst, dann kommst du zu viel Laktar in die Beine und dann kommst du dann reingefahren. Ja. Gut, aber da sind wir auch wieder im sportlichen Bereich. Ja, wir gehen aber, da sind wir wieder zu doll in diesem Extremsportbereich. Wir gehen wirklich von normalen Situationen, tagtäglichen Situationen aus. Natürlich in einer Survival-Situation bist du natürlich sowieso ein bisschen mit deinem Gefühl etwas woanders und ein bisschen unter Druck und umruhen, umruhen. Der Versuch zu schlafen, natürlich. Dein Körper Ruhe zu geben, auszuruhen. Drei Tage. Korrekt. Alles länger als drei Tage wird ganz, ganz schwierig. Unmöglich. Tödlich. Drei Tage ohne Wasser. Dann wird es echt richtig problematisch. Drei Wochen. Ich schaffe auch vier. Ja, korrekt. Drei Wochen ohne Essen ist gar kein Problem. Ich weiß noch so, das erste Erlebnis, das erste Survival-Erlebnis, was ich hatte in Schweden, das waren vier Wochen. Da habe ich sportlich 13 Kilo abgenommen. Würde mir heute auch wieder sehr gut tun. Es ist zu rocken. Das schafft man. Aber seht zu, dass ihr Wasser habt. Ja. Drei Monate. Korrekt. Absolut korrekt. Kennt ihr den Film Fast Away? Wer kennt nicht Wilson? Wie heißt der Film? Fast Away. Tom Hanks. Ich habe Feuer gemacht. Wilson, der hat sich aus einem, was war das, ein Ball hat er sich ein Gesicht gebaut, angemalt, Augen drauf gemalt, um einfach ein Etwas zu haben, mit dem er sich unterhalten kam, weil der ist auf einer einsamen Insel gestandet, wo er null Kontakte hatte und irgendwann nach drei Monaten wirst du komisch. Und was am besten hilft, wenn es euch richtig, richtig doof geht, wenn ihr wirklich am Ende seid, ihr seid durchfroren, das hat nicht geklappt und tut mir reingefallen und macht ein Feuer. Wo wir auch wieder bei diesem Film mal werden, Cast Away, ich habe Feuer gemacht. Ich habe was geschaffen, was mir gut tut. Ich bin stolz, weil ich habe ja das Feuer gemacht. Mit dem Feuer kann ich dir dafür sorgen, dass ich diese drei Buchstaben hier, dass ich das damit darstellen kann. Trocken, ich kann was am Feuer trocknen. Warm, Feuer erzeugt Wärme. Und satt, ich brauche doch ein Feuer, um meine Nahrung zuzubereiten. Oder auch Wasser abzukochen zum Beispiel. Wir leben ja nicht mal vor, was weiß ich, wie viele, zigtausend Jahren, wo wir das Fleisch hier noch irgendwie roh essen. Also brauchen wir für alle drei Punkte ein Feuer. Also können wir doch schon mal sagen, dass Feuer absolut für uns oder für irgendwelche Überlebenssituationen eine Grundvoraussetzung ist. Ja? Sehr, sehr wichtig. Wer kann denn alles von euch Feuer machen? Kommt drauf an, womit. Natürlich ohne Feuerzeug. Das ist klar. Aber beim Feuer... Das finde ich total interessant. Ich bin hier auf dem Bushcraft-Treffen. Andere Leute würden dir, ey, guck mal da, die Bushcraft haben. Boah, die Kinder sind voll wie Naturmensch. Die machen Feuer hier nur mit ihren Augen zwinkern. Aber wer von euch hat schon mal Feuer ohne Feuerzeug gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hat das gut geklappt? Ja, sofort? Auf Adi? Ja, ich bin vor, ja. Okay. Natürlich kommt das auf die äußeren Bedingungen drauf an. Wer ist da? Oder die gute Vorbereitung. Danke. Du hast mir mein Wort genommen. Eine Sache der Vorbereitung. Was habt ihr denn alles dabei, um irgendwelche Situationen zu meistern? Habt ihr, da vorne sehe ich jetzt ein Feuerzeug. Jawohl. Klappt mal aus. Zeigt mal her. Vielleicht kann ich davon irgendwas gebrauchen. Ich hole mir mal, ich bin mal ganz gerne. Was ist das? Oh, zeig mal her. Zeig mal her. Rettungsdecke. Oh, ich hole sie jetzt nicht raus. Ja, stopp. Wenn das Feuer nicht klappt, eine Rettungsdecke. Okay, trocken, ja. Warm. Ist es warm da drin? Zwei Grad mehr als, reicht mir nicht. Ich liebe es mollig warm. Ich brauche mich, dass ich mich veradert. Das ist mir zu warm. Was hast du dabei, sag mal? Feuerzeug. Okay, was noch? Sind das eure Sachen, wo ihr mit unterwegs seid? Wo ihr die Situation mit meistern könnt? In der Regel ja. Im Handy? Schade. Kannst du keine Hilfe mehr anrufen? Hier, guck mal. Er hat doch einen Beugel dabei. Darf ich mal? Ja, aber er hat erst frisch mit dem ganzen Lande angefangen. Bitte? Er hat ganz frisch angefangen mit dem ganzen Lande. Er hat ganz frisch angefangen damit. Aber so frisch sieht das gar nicht aus. Was ist das denn hier? Eine Dose. Ah, da ist ja ein Loch. Da hast du dir Sharky ausgebaut. Nicht verraten, sonst kommen die Leute nicht mehr zu meinen Kursen. Das ist mein Ziel. Natürlich, dass ihr zu meinen Kursen kommt. Ich habe eine Frau und Kinder. Ich muss an meine Rente denken. Ich muss Vorsorge breiten. Zwei Feuerzeuge, okay? Falls eine nicht gilt, hast du noch eins. Ja. Und falls das nicht gilt, dann hast du dann Feuerstein. Verletzungen, Fragezeichen, was ist damit? Verletzungen? Ja. Ich habe ein kleines Erste hinzusetzen. Ein kleines Erste hinzusetzen. Da bist du schon gut mit Basic. Das ist schon super. Ich habe da so eine eigene Strategie, die ich fahre. Was ist so die kleinen Taten? Rucksack habe ich noch ein großes, ernstes Erste hinzusetzen. Okay? Ich habe da so eine eigene Strategie. Desto kleiner bei mir der Rucksack ist oder mein Everyday Carry EDC, desto größer ist mein Erste-Hilfe-Sit. Und desto größer der Rucksack bei mir ist, desto kleiner das Erste-Hilfe-Sit. Weil warum? Wenn ich Tagestouren mache, gehe ich da eher von aus, dass ich Leute treffe beim Wandern, bei irgendwelchen Touren machen, als wenn ich jetzt mir den Rucksack packe für drei Wochen, wenn ich an einem abgelegenen Ort bin, für mich ganz alleine. Auf mich ganz alleine kann ich aufpassen. Ich bin vorsichtig. Ich bin vorsichtig beim Schnitzen. Ich bin vorsichtig beim Feuermachen. Aber desto klarer mir ist, dass ich kleinere Touren mache, desto größer ist mein Erste-Hilfe-Set, um anderen zu helfen. Man geht immer davon aus, dass man anderen helfen muss, um sofort Notmaßnahmen zu machen. Das kannst du sicherlich bestimmt auch bestellen. Wie bist du dabei? Oh, ich bin in der Blase gelaufen. Oh, guck mal, ich habe mich geschnitten. Ja, komm, ich habe da was bei. Desto mehr Leute, desto größer das Erste-Hilfe-Set. Was brauchen wir noch alles? Wenn ich jetzt mein Erste-Hilfe-Set wiederfinden würde, ah, das ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel mein EDC, wenn ich irgendwelche Tageshandlungen mache. Mehr nicht. Da ist alles drin. Wollt ihr erheben, was da alles drin ist? Was könnte man denn noch alles gebrauchen? Denkt bitte da dran. Das sind ja die drei wichtigen Gegebenheiten, die man, wo man für Sorgen tragen muss, dass die gegeben sind. Habe ich immer eine Trinkflasche, gehört jetzt nicht dazu, habe ich separat. Ja? Bitte? Ja, habe ich. Habe ich. Mir reicht sowas. Für die Motivation, was du siehst? Ja. Habe ich. Was wäre das zum Beispiel? Zucker. Zucker. Was für Zucker? Traubenzucker. Wenn ihr ganz, ganz schnell Energie braucht, jetzt muss ich das alles hier mal rausnehmen. Wenn ihr ganz, ganz schnell Energie braucht, ist Traubenzucker ein wahnsinnig guter Energielieferant, um für kurze Zeit zu Kräften zu kommen, da einen Kopf zu haben. Über kurze Zeit. Nicht über lange Zeit. Da braucht ihr Kohlenhydraten. Aber kurze Zeit, für die ihr irgendwas entscheiden müsst, für die ihr irgendwie ganz, ganz schnell laufen müsst, ganz, ganz schnell Leistung bringen müsst, ist Zucker, Traubenzucker, immer eine super Scheibe. Hier habe ich auch meine erste Hilfeszitte. Es fühlt alleine schon die Hälfte von dem, von der kleinen Teufel aus. Regenponten? Kann ich mit der Rettungsdecke machen? Aus der Rettungsdecke, die kann ich für erste Hilfe, also zum Transportieren nehmen. Ich kann mir aus dieser Rettungsdecke, kann ich mir einen Trab, einen Shelter bauen. Ich kann mit dieser Rettungsdecke transportieren, Regenschutz. Ist eine super Sache. Und nimmt wenig Platz. Die Dinger sind in jedem Verbandskasten. Denn ihr braucht hier nicht so Hightech-Dingen für, keine Ahnung, für Luxus vier Personen. Einfach diesen ganz normalen Standard, erste Hilfe, Decken, Außen und Verbandskasten. Nehmt nicht viel Platz. Packt es euch ein. Ich hoffe nicht, dass ihr es brauchen werdet, aber habt sie bitte dabei. Was brauchen wir sonst noch? Ja, habe ich gerade versteckt. Taschenlampe. Auch bitte immer darauf achten, Ersatzbatterien, oder darauf achten, dass sie geladen ist. Vorbereitung. Was noch? Nein. Kann ich mein Shirt für nehmen? T-Shirt, kann ich ein Schal für nehmen? Könnte ich auch die Rettungsdecke für nehmen? Ja. Was noch? Du hast zwar keinen Stuhl, aber komm, du darfst ihn trotzdem einbringen. Bitte? Mach ich mit meiner Rettungsdecke, weil die hat zwei super Seiten, Silber und Gold. Farrakord und Schnur? Ja, Farrakord, Schnur. Ich habe Schnürsenke. Habe ich sowieso beim Warten. Vielleicht wird niemand kaputt gehen, aber so habe ich ein bisschen Schnur dabei. Reicht. Messer habe ich auch noch ein Multitool. Kann man sagen, was man zwischendurch unterwegs mit Galva spielen muss, weil man schnell noch ein Flugzeug reparieren muss. Das ist ein Kaugummi. Das ist ein Kaugummi dabei. Haben wir schon, was haben wir dann noch? Wir kriegen, was haben wir dran? Feuerstahl. Ich habe ein Feuerstahl. Guck, ob ich das auch dabei habe. Nichts nur dies. Micha habe ich ein Feuerstahl. Wo ist Micha? Micha ist weg. Ich habe ein Feuerzüchter. Und ich habe ein Feuerstahl dabei. Korrekt. Wenn das mal nicht funktionieren sollte. Weil, warum kann denn sowas hier nicht funktionieren? Wenn der Gas leer ist. Punkt 1. Punkt 2. Warum kann, zu kalt. Warum, was passiert denn, wenn zu kalt? Dann wird das Gas flüssig. Nein, flüssig. Watt? Fret es ein. Gas ist. Sehr schwerer, dann... Ja, genau. Wenn es noch unter dem Gefrierpunkt ist, wenn es kälter ist, müsstest du auch eine Gaskartusche umdrehen. Da hast du komplett recht. Ich muss den Stand ändern, um es rauszubekommen. Ja, aber wenn es zu kalt ist, unter dem Gefrierpunkt funktioniert Gas nicht mehr. Bitte? Wie habe ich meine Beine? Ja. Okay. Notizen. All weather. Right in the rain. Die ist ab hier. Man geht es nicht auf. Ja. Funktioniert, auch wenn es regnet. Sucht euch denn natürlich einen Bleistift aus, der nicht so eine harte Mine hat, sondern eher eine mittlere Härte hat. Dann klappt es auch mit dem Schreiben beim Regen. Kompass. Ja, wenn ich jetzt Tagestouren habe, habe ich für gewöhnlich mein Handy dabei, wo ich einen Kompass drin habe. Aber ansonsten ist ein Kompass natürlich eine super Sache. Wo geht die Sonne auf? Du. Wo geht die Sonne auf? Sehr gut. Es gibt auch genug Sachen, wo man sich orientieren kann. Ja? Wo geht es unter? Gut. Das sind doch alles Sachen, die eigentlich jeder von uns weiß. Natürlich erst mal wo geht die Sonne auf. Das ist ja so eine gefährliche Frage. Neben Winter. Dunkel. Ja, aber es gibt immer genug Sachen, wo wir uns orientieren können. Ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht irgendwie jetzt hier, was weiß ich, nächste Woche gleich irgendwie ins Amazonas fahren wollt und da irgendwie meine Künste anbinden wollt, was ich euch beigebracht habe. Was fehlt noch? Was soll man sagen? Zünder. 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 Ja, habe ich auch hier. Was könnte denn Zünder sein? Ich glaube, Zünder erst mal. Zünder. 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 Okay. Mein Zünder habe ich noch. Zünder. Ja, aber die sind doch immer eingepackt, oder? Gibt es auch irgendwelche Kosmetiker, die nicht eingepackt sind. Ich weiß es nicht. Geht ja auch umgehen. Da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu. Da würde ich dir jetzt sofort widersprechen und du wirst auch später wissen, was brauchen wir noch noch? Lavello. Panzertape. Lavello, okay. Persönliche Sachen. Ich kann da nicht so sagen, wenn ihr irgendwelche Medikamente braucht, das natürlich, da kann ich nicht für euch sprechen, das kann ich euch nicht sagen. Das sollte jeder selber wissen. Lavello ist eine super Sache. Ich habe... Hast du jetzt schon gesehen? Ja. Ich habe das auch da drin. Ich sehe wirklich verhältn, ich finde die Farbe. Das war super. Warte. Taschentücher. Ohrenstöpsel, falls ich wieder neben Michael schlafen muss. Das ist vorbei. Ich habe auch, ich möchte jetzt nicht ganz aufmachen, ich habe auch ein Trinkgefäß da drin, einen Becher. Nicht nur zum Trinken, auch zum Transportieren, zum Abschöpfen, zum Abkochen. Ist es ein Becher oder... Ist ein Becher. Nee, nee, ist ein richtiger Titanbecher. Ich habe so ein kleines Kreuz, was ich aufsetzen kann, wo ich einen kleinen Spiritusbrenner habe, wo ich immer diese eine Tasse mit erhitzen kann. Reicht mir vollkommen aus. Dann habe ich hier zum Beispiel, um mir auch schnelle Energie zu geben. Nein, das ist kein... Nice. Nice. So, ich muss mich aufmerksam machen, wenn ich in einer Gefahrsituation bin, um andere Hilfe zu bitten, zu rufen, Pfeifen, gegen was Leuchten ist. Eine Taschenlampe. Ja, bitte. Bitte? Feuer? Rauchzeichen? Ja? Eine Trinnerpfeife. Meint ihr so eine? Ja? Ohne die Wanne. Ja? Geht. Eine Kleinigkeit, aber macht viel aus. Ja? Wenn euch irgendwas passiert, einer meinte vorhin auch beim Wortwagen, oh, kein Pfeifen. Wenn der aber liegt in seinem... Ich glaube nicht, dass der aus lauter Kehle noch so pfeifen kann. So eine Pfeife kostet nicht viel. Man findet sie immer wieder aufgrund der schönen, leuchtenden Farbe. Und das Ding ist richtig laut. Ich möchte es jetzt nicht machen, weil sonst habe ich echt Stoff, wo ganz mal viel da drin. Ähm... Hat man bei der Vital nicht gesehen. Bitte? Hat man bei der Vital nicht gesehen. Aber letztendlich sind das grundlegende Sachen... Ja? Liegt nicht? Klar. Dann wird es nur eine Schnur sein, dann kannst du da schon gehen und dann geht es auch weiter. Okay. Dann halten wir fest, irgendwas um Lichtsignale zu geben. Könnt ihr auch mit einer Taschenlampe. Viele eingebaute Taschenlampen haben ja schon dieses automatische SOS-Signal drin. Oder? Ja. Wie du das jetzt machst. Und ob du jetzt hier deine Petroleum-Lampe mitnimmst. Lichtsignale. Ich bin ein Freund, möglichst klein, Knicklicht wäre ich vollkommen bei dir. Knicklicht, da habe ich wohl was anderes dabei. Aber auch da sind wir wieder bei dem Thema, ich gebe ja noch Kurse. Nein. Habt ihr bis hierhin irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Haut raus. Wann? Was meinst du, wann? Immer. Nein, wenn ich unterwegs bin, ich sage mal, wenn ich jetzt irgendwie spazieren gehe, wenn ich irgendwo, nee, jetzt nicht unbedingt nur gerade 200 Meter zum nächsten Einkaufsladen gehe, habe ich es dabei. Ansonsten Messer oder auch meine Taschenlampe habe ich immer am Gürtel. Auch wenn ich was weiß ich, ins Restaurant gehe. Die beiden Sachen, Messer, Taschenlampe habe ich immer dabei. Auch auf der Arbeit. Das nehme ich, wie gesagt, mit, wenn ich jetzt hier einfach ein paar Kilometer spaziere, ich einen Spaziergang mache, in den Wald gehe, oder, oder, oder. In meinem Auto habe ich einen größeren Rucksack, wo weitaus mehr drin ist. Was ich euch vorhin erzählt habe, da war es gut, noch einen Schlafsack dabei zu haben. Ja, und auch ein bisschen was zu essen, weil Freitag passiert, Montag erst. Da hatte ich natürlich Hunger. Packt euch doch so ein kleines Täschchen. Überlegt doch selber, was ihr braucht. Ihr wisst jetzt ja, auf was es ankommt. und dann packt ihr bitte das ein, was euch hilft, um diese grundlegenden Sachen zu erreichen. Ja? Ich habe jetzt eine richtig tolle Aufgabe für euch. Du machst mit? Auch wenn du da stehst? Ja, das war kein Stuhl, aber du bist dabei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, 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 super. Jetzt machen wir bitte Fünfergruppen. Ja. Fünfer, ja, ja, eine, ja. Und dann marschiert ihr bitte los und sucht mal Sachen, Zunder, Material, um ein Feuer vorzubereiten. Ich möchte nicht, dass ihr das Feuer anzündet. Ich möchte einfach, dass ihr jetzt innerhalb von zehn Minuten losmarschiert und nur die Sachen. Das ist geschummelt, das fehlt nicht. Ich möchte auf jeden Fall, dass ihr losgeht und einfach hier auf dem Gelände Sachen sucht, mit denen ihr in der Lage wärt, ein Feuer zu betreiben. Ich möchte nicht nur, also ihr dürft es nicht anzünden. Bereitet es vor, dass wenn ich mit einem Feuerstrahl ankomme, oder vielleicht ihr auch selber, mit möglichst wenig Aufwand, mit möglichst wenig Funken, dass ich denn dieses Feuer entzünden könnte. Könnte. Ich sage nur, gebt euch Mühe. Weil wie wir gerade festgestellt haben, als ich gefragt habe, wer ist denn alles von euch in der Lage überhaupt ein Feuer zu machen, das hat mich doch ein bisschen erschrocken. Weil wir sind ja auf dem Buschgolf-Treffen. Ich hoffe, dass ihr schließt euch zusammen im Querbeet, bildet diese Vierer- oder Fünfergruppen, egal, und bereitet ein Feuer vor. Zehn Minuten, da bitte nicht, da ist Naturschutzgebiet. Ihr dürft auch euch den Müll tun, um zu machen. Zivilisationsmüll. Haben wir ganz, ganz viele. Zur Zeit von Corona. Ich habe noch nie so viele Masken im Wald gesehen. Oder? Also ihr dürft auch Müll verwendet. Achtet bitte nur drauf, was für ein Müll. Ich bin nicht. Ich muss nicht so niederliche Sachen. So, dass man sie noch verwendet. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Beste. Brennungsdrehen klar. Aber hier, pass auf. Du hast jetzt hier und jetzt habe ich schon mal sowas gehört. Ich habe alles dabei. So, guck. Das ist ein Verbrennungsdrehen. Ah ja. Wir haben brennbares Material. Wir haben Zündtemperatur. Wir haben Sauerstoff. Wenn das alles in dem richtigen Mischungsverhältnis zu einem ist, dann habt ihr so ein schönes Feuer, was gerade von den beiden wegtransportiert wird. ist da. Ganz interessiert. Bitteschön. Dein Einsatz. Euro gehöre nicht da rein. Auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Auswahl. Wir sind bei Vorsteig. Da bin ich noch nicht so Profi. Ach du, das gute Taschentuch ist sogar, Brenn. Ja, da ist der Knopf, weil wenn man Kohle braucht. Zünder. Haben wir noch Taschen? Haben wir recht im Wald gefahren sind. Ja. Also das Zünder direkt hier zum Anzünden, wenn wir jetzt hier die nehmen, hier mit, weil das ist das Garteste. Ihr habt Zeit. Ihr verpasst, wenn ihr in so einer Situation seid. Denn interessiert euch nicht, ob ihr irgendwie ein Fußballspiel mit Fernsektag habt oder die 12 Uhr Nachrichten. Ihr habt Zeit. Also nutzt sie. So, wenn ihr zu Hause übliche, ordentliche Leute seid, müsst ihr jetzt draußen doppelt so viel sein. Equipped, sauber halten, schonen. I'm lost. In which air. Körperhygiene. Ganz, ganz wichtig. Ich hab dich geduscht heute Morgen. Was hast du da am Zünder? Beschreib uns das mal. Was ist das? Also wir haben, ach wie heißen sie jetzt? Pusteblumen, trockene Flocken, die Bräufe. Wo hast du denn trockene Pusteblumen jetzt bekommen? Die haben wir hier auf der Wiese gefunden. Hat die einer so rausgezogen? Ne, ne. Die waren schon selber ausgetrieben. Also die konnten wir so frisch abpflücken. Dann haben wir ganz trockene Birkenrinde. Ganz trockene Birkenrinde, ein bisschen trockenes Stroh. Ganz, wirklich ganz trockenes Gras. Also hier so Grashalme. Wenn ihr Gras habt, auch im Wald, werde ich immer Stellen finden, wo irgendwelche Stellen, wo Gras wächst, wo die Sonne richtig schön hinsprallt. Tut mir nur einen Gefallen, wenn ihr das Gras habt. Geht da nicht hin wie so eine Kuh und macht diesen hier, ne, Masse? Nein. Sortiert. Guckt. Ah, alles klar, Mensch. Hier hab ich einen trockenen Grashalm. Geh nämlich mal mit. die Sinne wieder einschreien. Hat einer einen Feuerschein in der Hand oder nehmen wir seinen? Ich hab keinen. Nehmt das Einzelt. Hat doch noch jetzt nichts so aufgemacht. Wir haben es noch mal abflückt. Er sammelt jetzt so viel feuchtes Material. Aber der Wind kommt jetzt von da. Wir haben jetzt einfach oben weggenommen. Nur oben abgebrochen. Die Oben haben 10, 15, 16. So, jetzt braucht ihr noch einen Feuerschein. Haben wir. Oh, guck mal hier. Voller Einsatz. Ja, guck mal. Ne, ja, dann ist, glaube ich, leichter zum Handhaben. Aber ich meine... Thema Messer. Warum? Zum Thema Messer. Natürlich könnt ihr das mit dem Messerrücken machen. Wenn ihr Punkten machen wollt, macht es nur mit dem Messerrücken. Sonst tut ihr mir leid. Das geht aber nicht mit laminierten Messern. Ja? Das geht wirklich am besten mit richtig rostigen, alten Detailern. Nimm deinen mal zurück. Oder mit unbehandeln. Wir nehmen deinen, wenn wir dürfen. Natürlich. Geld? Geld? Wollt ihr jetzt noch den Gründe für den Weg auf Erwerben geben? Ja, das ist ein teures Feuer. Ich kann dir auch meine Paypal-Adresse geben. Denk daran, ich muss Vorsorge betreiben. Was habe ich dir gezeigt? Daumen und nur den runden Stahl zurückziehen. Weil wir mit dem Daumen zielen. 45 Grad halten. Das sind 60 Grad. Weißt du, was ein Satteldorf ist? Ja. Stahl oben. Mit der Querseite. Also mit der langen Seite, glaube ich. Mit der Querseite. Ja, genau. Dann musst du den Stahl ziehen. Ja. Jetzt den Stahl ziehen. Ja. Hotz. Denk an die folgenden Teilnehmer meiner Kurse, die möchten sich weiter erfreuen um diesen Feuer, Stahl. Das müssen wir auch noch einsetzen. Versuch mal länger, weiter oben noch mitzunutzen. Ja. Also, das mit den Pusteblumen ist nett gemeint, aber mit den Pusteblumen wie auch von einer Wiese aufzuheben, ist eher so kontraproduktiv. Funktioniert nicht wirklich. Wenn es wirklich warm ist, es lange nicht geregnet hat, kann es funktionieren. Aber selbst dieses bisschen Feuchtigkeit, was dort... Darf ich mal? Oder... Ich kann jetzt auch sagen, ich bin nervös. Ah ja, das ist schon mal raus. Das Problem ist einfach hier, dass das Material pepig noch zu feucht ist. Ja, das... Das mal probieren. Wir werden alle hungern. Ach, da war was. So. Nein, da war's. Und es sah so schön vorbereitet aus. Du hast ja gesagt, wir haben zwei. Ja. Ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Feuerstahl. Halt ruhig ein bisschen tiefer und ich halte es richtig einfach so drüber. Zivilisationsmüll hatte ich auch erwähnt, dass ihr das sammeln könnt. Wer hat das von... Irgendeiner? Hat irgendeiner von euch Zivilisationsmüll im Fach eines Feuers umgedrückt? Das wäre auch Zivilisationsmüll. Wo? Was hast du da? Jetzt. Jetzt, zeig mal. Aha. Was ist das für Müll? Wer hat's weggeschmissen? Ja. Ja, aber wo hast du es gefunden? Was ist das? Oh! Die haben geschummelt, oder? Ja. Ja? Ja. Wir haben das Feuerzeug rausgezogen. Spiridus. Super. Die haben es auch geschafft. Applaus. Kannst du mal, dass wir auch regeln? Ist das auch okay? Ich bin stolz, dass wir überleben. Aber lass mal kurz, weil sonst... Jetzt haben wir es ja. Jetzt brennt es. Alles gut. Alles gut. Also, Vorbereitung, schön alles sortieren, bereit legen, vorbereitet sein. Nicht, dass wir das Feuer alles nennen, auch wenn wir hier vergessen, geht nicht. Und wenn ihr meint, ihr habt genug, er tut euch selber einen Gefallen und verdoppelt die Menge. Ja? Ja. Wir haben jetzt in deinen Hoster schreit und machst das nochmal, dass wirklich alle das mitbekommen. Ja? Denk daran, es regnet. Du hast die Streichhölzer, es regnet. Du holst die Streichhölzer jetzt raus. Okay, Stopp, vorbei, Nächste. Feuer, geht nicht. Versprochen. Nächste. Nächste. Jetzt kommt der Streichhölzer Experte aus der Schweiz. Da zeige ich euch jetzt, wie das geht, ja? Keine Ahnung. Also denkt daran, dass es regnet. Er greift in seine Tasche und die Streichhölzer sagt, sehr gut, weiter. Das war das eine. Böp, Feuer ist auf. Geht nicht. Nächste. Ich sage euch auch später, warum. Alle haben Angst. Ey, es sind Schweighölzer, wir sind am 21. Jahrhundert. Zeit geht. Hi. Mach es mal bitte, Streichhölzer in deine Tasche und doch mal versuchen, wir versuchen es. Wir kriegen es hin. Hä? Was machst du da? Ich hole das Streichholz raus. Das würde ich jetzt auch sagen. So in deiner geschlossenen X vorbei aus. Wir sind die Generation Feuerzeuge und Taschenrechner. Okay. Kriegen wir es echt nicht hin mit einem Streichholz. Ich kriege das hier. Der ist es. Nico, bist du in der Lage, mit einem Streichholz, mit einer Streichholzschachtel ein Feuer anzubauen? Ich stehe hier gerade vor, ich weiß nicht, wie viele Leute. Es hat bis jetzt noch keine. Die kriegen es nicht hin, mit einer Streichholzschachtel Feuer anzubauen. Grundeinzige Bedingung ist, es regnet. Willst du uns das mal zeigen, wie sowas aussehen könnte? Streichholzschachtel? Es ist in deiner Tasche, es regnet. Der Nico stellt sich da so hin, dass es alle sehen. Streichholzschachtel ist in deiner Tasche, es regnet, du holst es raus und willst diesem Stückchen Watte dort. In deiner Tasche. Erstmal ist es in deiner Tasche. Du holst es raus. Es regnet. Nico, ich komme zu meinem Kurs. Du bist herzlich eingeladen. Nächster. Das glaube ich jetzt nicht. Hier, komm. Keiner hat Lust auf Möb. Keiner hat Lust auf Möb. Um euch eins zu erklären, auch das gehört zu eurem Equipment. Hat sich mal irgendeiner darüber Gedanken gemacht, wo der Streichholz seinen Kopf hat? Wisst ihr das? Ihr fummelt alle wie wild in der Tasche rum. Seid am Drehen, seid am Machen. Es regnet. Ihr habt nasse Pfoten. Ja? Jeder hat die rausgeholt. So. Wenn ich nasse Hände habe, was passiert denn mit meiner Reibefläche hier? Er wird nass. Voll. Hab ich mal versucht, mit einer nassen Reibefläche ein Streichholz anzumachen? Das geht nicht. Wenn ich eine Streichholzschachtel aus der Hosentasche raushole, dann mache ich das mit zwei Fingern. Guckt mal, wo ich die festhalte. Nicht an der Reibefläche. Verstanden? Wenn ich jetzt weiß, wo mein Kopf ist von dem Streichholz, dann weiß ich jetzt auch, wo ich das hinten schieben muss. Die Streichholzschachtel wurde schon so doll vergewaltigt, dass sie da nicht mehr funktioniert. Ja. Ich will euch das zeigen. Ich kann, ich weiß, das freut mich. Er ist geschützt. Er ist geschützt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn hier hinten anfassen kann. Deshalb habe ich ihn nach da rausgeschoben. Und jetzt können auch meine Finger ein bisschen nass sein. Natürlich immer geschützt. Und dann nehme ich den Streichholz und zünde es an. Sobald die Reibefläche nass wird, geht nicht. Kaputt. Denkt drüber nah. Ich sortiere mir die Streichholzer immer so ein, dass ich immer weiß, wo mein Kopf ist. Dann weiß ich auch, in welche Richtung ich das schieben muss, damit dein Streichholzkopf auch trocken bleibt. Die Schweden haben das ganz, ganz toll gemacht. Die Schweden haben zum Beispiel hier so eine Sonne drauf. Daran orientiere ich mich, oder? Weiß, ah, da ist die Sonne, da ist mein Kopf. Ja. Nein, nur 17. Schiebe ich nach da auf. Nehme das mit meinen nassen Pfoten und mache denn das Feuer an. Auf so eine Kleinigkeiten kommt es an. Und das solltet ihr, das soll euch bewusst sein, werden, dass ihr auf sowas achten müsst. Weil wenn ihr, ich war, natürlich war ich arschig. Natürlich war da nur ein Streichholz dran. Aber das ist die Wahrheit. Das ist das Leben. Was ist, wenn ihr nur ein Streichholz sagt, das macht ihr es denn gar nicht? Wenn man zehn Streichholz verdrehen hat, einiges lässt, der kauft den nach. Dann hängst du nämlich mit deinen zehn Streichholz an und probierst und probierst und probierst und probierst und das wird nicht funktionieren. Natürlich können wir auch in so eine Situation kommen, dass nur noch ein Streichholz vorhanden ist. Wenn man schon die anderen neu verbraten hat. letztendlich Ressourcen schonen und nicht einfach hier irgendwie die zehn anderen Streichholze auch noch kaputt machen. Bitteschön, Nico. Du kannst auch einen Kuss verlegen. Ja. Du kannst auch einen Kuss verlegen. Dankeschön, mein Lieber. So, mit was kann man denn noch alles Schönes Feuer machen? Parat hat die alles. Mit was kann man noch Feuer machen? Lupe? Du. Ja, Lupe. Sehr gut. Lupe, theoretisch auch eine Wasserflasche oder... Kondom? Soll wohl funktionieren, habe ich aber noch nicht getestet. Ich zeige euch das. Setzen wir euch mal wieder hin, könnt ihr wieder Plätze einnehmen. Ich lasse mal so ein paar Sachen rumgehen. um die Sonnenenergie zu bündeln, dass dort letztendlich vorne dieser Bereich ganz doll heiß wird, der denn eben teils das Fundmaterial zündet. Lass mal rumgehen. Natürlich gibt es auch eine Lupe, Lupeneffekt über diesen kleinen Bereich. Da muss ich eben gleich durch verringern oder vergrößern muss ich genau den richtigen Abstand wählen, um dann die aufbreiten zu lassen. So, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit für die ganz, ganz Erfahrenen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Ja. Feuerstein, ja? Ich habe vor allem einen Stand gemacht. Wenn ihr das macht, passt noch eure Finger auf. Weil Feuerstein ist extremst scharf. Die haben früher Schneiden draus gebaut, die haben Speere draus gebaut. Ihr könnt euch eine schöne Stelle aussuchen, die schön scharfkantig ist und in einer gleichmäßigen Bewegung von oben nach unten nicht drauf schlagen, sondern wirklich von oben in einer leichten Bewegung runter. Dann klappt es auch. Hier sieht man, das Eisen ist unbehandelt, sonst würde es nicht funktionieren. Wenn du sowas machst, am besten immer schön stehen, weil auch diesen Funken können sein. Wenn es an dieser einen Stelle nicht klappt, dreh den Stein, nimm eine andere Kante, bis sie mehr Druck ausüben. Ich habe den Tipp bekommen, dass man so anfasst, damit man sich nicht verletzt. Wenn man so reingreift, oder so was zu mehr Kontrolle. Ja. Da könnt ihr zum Beispiel Scharklaus benutzen. Scharklaus ist verbrannte Baumwolle, verkohlte Baumwolle. Ja, da klappt es besser. Diese Funken könnt ihr am besten in Scharklaus sammeln. Scharklaus sieht so aus, auch wer das wissen möchte, wie das herzustellen ist, den herzlich willkommen in meinen Basisaufbau und Spezialkurs. Du willst eben halt dieses Scharklaus würdest du auf den Stein oben rauflegen, weil wie die meisten jetzt schon festgestellt haben, sprühen die Funken nach oben auf den Stein. Also ich lege, ich halte den Stein quasi fest, halte mit den Daumen das Scharklaus fest, mach diese Bewegung in der Hoffnung, dass der Funke oben auf dem Scharklaus landet. Soweit verstanden? Habt ihr bis hierhin irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen? Schmeckt's? Super. Habt ihr irgendwelche Fragen? Meistens nördlicher. In meiner Region ist alles voll damit. NRW, Bielefeld, Hannover, ansonsten Richtung Ostsee. Ohne viel Druck, ohne viel Kraft, einfach nur schön eine flüssige Bewegung. Macht euch nicht kaputt. Machen das? Komm her. Wenn du ihn aus der Erde rausholst, kann ein Stein was sein? Ja, die Oberfläche. Lichten einfach ein bisschen trocken. Aber aufsaugen Feuerstein geht nicht. Hat der Patti euch ordentlich versorgt? Sehr gut. Ist so ein geniales Zeug, oder? Ich finde es total klar, wenn ich auf Touren bin und ich seine Dosen dabei habe Stahlwolle. Stahlwolle. Warum? Kurz schließen. Die Jungs kriegen Stahlwolle von mir. Und da ich ein lieber Ausbilder bin, habe ich sogar drei verschiedene Sorten an Stahlwolle. Stahlwolle. Jetzt dürft ihr was was nehmt euch die Stahlwolle. Also die in der Mitte nicht oder was? So fein wie möglich. Also jetzt hier. Okay. Okay. Ja? Jetzt ruf da mal ein bisschen was ab. Mach mal. Viel brauchst ja nicht. Wer möchte die grobe nehmen? Gibt es jemand der die grobe Stahlwolle? Bedien dich. Grobe Stahlwolle. Feine könnte schnell weg nüben. Bist du etwa Elektriker? Nie. Wer möchte probieren ob diese Batterie voll ist? Natürlich braucht ihr eine volle Batterie. Zunge raus. Darf ich? Ich stehe da voll drauf. Ja. Nächste? Ja. Bitteschön. Nee, die passt. Wie oft hast du das heute schon gemacht? Bis die Batterien alles waren. Die war doch leer. Nein, die war leer. Probier jetzt erst. Bitte hier auf. Bitte nur. So, Sicherheitsgründen machen wir das nur in dieser Feierschale. Okay, gib alles. Bereit, ja? Zeit, wie das funktioniert. Macht gut. Auch noch nie gemacht. was? Ja, ja, ja. Okay, okay. Florian mit der Einzelne. Ja, was machen wir mit der Groben? Versteht? Einzelne und Plastikmine. Ja, okay. Ich mach die anderen Batterie von den anderen. Auch, dass es halt nochmal was brennt. das nicht so toll wie bei dem anderen. So, und warum? Weil ich keines Real brauche. Die sagen zwar, ich kann Feuer mit Stahlwolle machen, aber mit welcher Stahlwolle denn? Dann lauft ihr alle im Supermarkt voll Stahlwolle und geht gleich mehr aus. Also, keine Stahlwolle. Stahlwolle habe ich Stahlwolle. Das gibt's noch bis nächste Woche. MacGyver-mäßig? Was? MacGyver-mäßig? Nö. Kaugummi-Papier? Nö. Hat jemand Kaugummi? Bündel? Kannst du mal ausprobieren. Mit den Karten geht er auch. Komm mal hier. Das geht ganz ganz mal ausprobieren. Das sind die Kollegen ja da drüben. Die wollen wir ja nicht alles wegnehmen. Ach ja, und noch was. Tut mir bitte einen Gefallen. Ihr habt ja gerade gesehen, wie schön das mit dieser feinen Glaswolle, mit der feinen Stahlwolle funktioniert. Niemals so eine Klamotten zusammen irgendwo aufbewahren, liegen lassen. Dadurch sind im Industriealter die meisten Fabriken abgerannt, die in der Stahleisenproduktion tätig sind. Ja? Ja. Stahl und Strom. Kann ganz ganz böse enden. So, mit was kann man noch Feuer machen? Kennst du die Teile? Piston heißen das, glaube ich. Hast du ihn erinnert? Piston aber so ähnlich als ein Schlitzerröhrchen, wo man so drauf baut. Ja. Funktioniert auch. Wenn du ganz ganz viel Langeweile und Zeit hast, dann können wir das mal gerne zusammen machen. Ich hab's einmal gemacht. Es ist durch Druck, du verschließt was durch diese Kompression. Reibung, erzeugt Wärme und das unter Luftverschluss fängt vorne das Scharklaus, was ich auch vorne auf die Spitze mache, an zu glühen. Aber mit ganz ganz viel Übung. Mit ganz ganz viel Übung. Die Technik, die kommt eigentlich aus dem Amazonas, aus dem Regenwald eher, da bauen die sowas, da können die auch sowas. Die ganzen Dinge, die wir hier bauen, brauchst du ganz ganz viel Übung. Wirklich. Auch zum Beispiel Thema Feuerbohrung. Natürlich funktioniert das. Aber habt ihr es da schon mal vorhin gesehen in der ganzen Zeit? Ja, ich war gerade da und einer hat es fast ran, aber dann hat ihn die Kraft verlassen. Wie lange machen wir das jetzt hier schon seit zwei Stunden? Die Bambusreibe dauert, dauert lange. So, Chemie, Chemie, er will Chemie haben, er kriegt Chemie. Und alle bitte hinsetzen. ist, ich glaube, ein Scan wirklich. Ich denke, ich habe diese aber zu ivoin, ich bin mit dem kann, aber es hat gekocht. Aber wenn man so gut ab auf jeden Fall kann, dann muss ich zukommen. Das sind ja gleich schon mal gesehen, noch tatsächlich. Ich bin bei Gott zu ahí. Habt ihr es gesehen? Sehr, sehr heiß. Aber auch hier ist das Problem, durch die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir haben, brennt es leider nicht so gut, aber ihr habt gesehen, dass es funktioniert. Kalium-Permangalat-Verbindung mit Zucker. Wenn ich diese Technik früher in der ganzen Zeit bekomme, würde es mehr Kalko-Bier-Automaten glauben. Funktioniert auch super. Damit kann man noch weitaus mehr machen, aber auch da wieder das Thema. Ihr seht herzlich, bei beiden Kursen willkommen. Also ich habe, wie gesagt, es ist ein bisschen schöner, indem ich hier, ein Teil fehlt jetzt hier, indem ich das hier oben raufsetze. Wenn ich das quasi hier festhalte, dann ist es verdreht. So. Sie sollen aber nicht gucken jetzt, ne? Und ich denke, quasi hier mit die ganze Zeit drehen. Es ist ein bisschen schonender. Wesentlich effektiver. Die tun mir schon leid. Aber funktioniert auch. Geht auch. Bitte? Nein, das ist die ägyptische Variante. Ich weiß gar nicht, welche Variante es ist. So, und jetzt zu dem Thema. Ach. Was machen? Ah ja, da ist er ja. Kolben. Da oben kommt Scharklaus rein, was ich vorhin gezeigt habe. Dieser Dichtring wird gut mit Vaseline eingeschmiert, dass der schön luftdicht abschließt. Und dann unter einer ganz, ganz schnellen Bewegung nach unten gepresst. Und durch diese Reibung, durch diesen Luftanschluss fängt vorne das Scharklaus an zu glühen, was ich wiederum dann in mein Zündernest reingebe. Oder ein Dieselmotor funktioniert nach dem selben Bezug. Verbrennung durch Kompression. Genau. Funktioniert auch. Weiß einer, wie das heißt? Ja, Ferdersticks. Also da musst du schon wirklich Geduld haben, dass das so aussieht. Aber es ist wirklich super. Das kannst du perfekt nehmen. Auch hier, Vorbereitung ist alles. Das wird hundertprozentig funktionieren. Definitiv. Wenn ihr nicht so geübt seid, das in der Hand zu halten, dann habt ihr auch die Möglichkeit, ich brauche mal ein vernünftiges Messer. Dann gebe ich mir ein Messer. Darf ich ein Messer? Wo ich hinten drauf hauen kann? Darf ich das bei dem echt? Halt den Scheidung fest. Dann habe ich auch die Möglichkeit, das Messer zu nehmen. Hau das hier rein. Wenn ich nicht geübt bin, würde ich denn letztendlich durch leichte Oberbewegungen mir auch sowas bauen. Denkt einfach nach, wie ihr was am einfachsten, am effektivsten machen könnt, ohne euch zu verletzen. Dann kriegt ihr auch wunderbar schönes, kleines Material hin. Dankeschön. Ein Messer, wenn man ein Messer zurückgibt, dann ist es immer so. Scheide nach innen, Rücken nach da, dass er es gleich sofort wieder einstecken kann. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt etwas Wissen mitnehmen können. Ich würde mich freuen, euch bei einem meiner Basisaufbau- oder Spezialkurse begrüßen zu dürfen. Termine findet ihr auf der Homepage bald. Bei Facebook werde ich früher darüber informieren. Jeder bekommt jetzt gleich von mir noch einen Aufkleber. Als kleine Erinnerung, dass ihr mich hoffentlich nicht vergessen werdet. Ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, von euren Türen zu hören, zu sehen, wenn ihr unterwegs seid und irgendwie was angewandt habt, was ich euch nahe bringen konnte, was euch sicherlich vieles vereinfacht in der Zukunft. Ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.